Leute, es ist gleich 8 Uhr morgens. Zeit, dass wir mal eine Runde angeln gehen. Russian Fishing 4. Das Tutorial. Aufnahme verkackt. Überspringen wir jetzt also. Ich zeige dir jetzt, was ist wichtig, wenn du jetzt gerade anfängst bei Russian Fishing. Ich meine, das Tutorial leitet dich schön Stück für Stück da durch alles durch. Natürlich wird alles erklärt. Was ist wichtig, was ist essentiell, wenn du hier am Waldsee startest, ja, folge einfach dem Tutorial. Irgendwann wird im Tutorial gesagt, geht zum Haus. Und wenn du vorm Haus stehst, steht da auch schon, drücke Y im Idealfall, zack, und hol dir ein Posenangel-Set. Das sieht dann so aus, das ist diese olle Bambusrute, die man dann hier zusammenbaut mit so ein paar Basic-Artikeln. Man kann nichts anderes dran machen, als das, was man schon hat. Und wenn man das dann hat, ist alles schön. Danach heißt es ja, Algen, geh rüber hier zum Spiegelsee. Und da machen wir auch gleich weiter. Denn das Wichtigste und, ich sag mal, die essentiellen Sachen, die erfährt man dann am Spiegelsee. Für dich vielleicht noch wichtig, an diesem Haus, an dieser Hütte hier, alle 24 Stunden, ich sag mal, die ersten paar Tage ruhig mal regelmäßig hier hingehen und sich dieses Posenangel-Set holen oder auch mal zwischendurch auf G diese Ersatzspinnrute holen. Einfach mal mitnehmen, was man dann schon mal hat. Das hat man. Kann man später alles noch gut verwenden. Und beim Posenangel-Set, ich meine, das sind keine fantastischen Haken, das ist keine tolle Stipprute, die man bekommt. Aber man bekommt 30 Gratis-Regenwürmer. Und das ist auch schon mal was. So, ab zum Spiegelsee und da geht es dann jetzt gleich weiter. So, und hier am Spiegelsee hieß es gerade im Tutorial, finde den Fischmarkt. Finde den Fischmarkt. Ja, geil. Hier findet man natürlich ratzfatz den Fischmarkt, aber es gibt natürlich auch noch jede Menge andere Gebäude. Und die gehen wir mal ganz schnell durch. Neben dem Fischmarkt, hier haben wir gerade noch den gerade frisch gefangenen Barsch. Moment. Erstmal Einstellung, Audio, übernehmen. Dankeschön. Nicht ganz so laut, Alter. Beziehungsweise Einstellung, Audio, Musik. Dankeschön. Neben dem Fischmarkt gibt es wesentlich wichtigere Gebäude natürlich noch. Nur ganz kurz hier im Fischmarkt. Man kann komplett auswählen, also den gesamten Kescher, wenn hier ganz viele Fische drin sind, alles auswählen, Auswahl komplett wieder wegnehmen und dann verkaufen. Man kann hier an der Seite, jetzt hocke ich da natürlich genau vor, kann man hingehen auf nach Preis sortieren, nach Fangzeit, nach Gewicht sortieren. Auch wichtig später, wenn man mal einfach sagt, okay, ich will jetzt alles, was irgendwie zu klein ist, verkaufe ich schon mal und den Rest dann eigentlich noch ein bisschen weiter. Dann mache ich den Kescher schön voll mit maßigen Fischen. Das ist für später wichtig oder interessant. Hier hinten an dem Gebäude kann man sich Tickets kaufen für das Boot, was hier am Spiegelsee liegt. Wenn man irgendwann mal mit dem Boot fahren möchte und links und rechts hier an diesen Halterungen jeweils eine Spinnrute befestigen möchte, kann man sich da vorne in dieser Hütte ein Ticket für kaufen. Dann empfiehlt es sich hier, was aber auch im Tutorial schon gesagt wurde, sich Weißbrot zu kaufen. Kauft keinen anderen Schnickschnack. Spart euch die Kohlen. Gebt kein Geld aus für Alkohol. Gebt kein Geld aus für was auch immer. Hier ist es, es wird einfach die ganze Zeit verleitet. Hier kauf, kauf, kauf. Spart euch die Kohlen. Weißbrot ist das einzige, was Sinn macht und zwar nicht zum Essen, sondern zum Verangeln. Macht daraus diesen Brotteig. Auf der Taste N wird das ja auch im Tutorial gezeigt. Brotteig herstellen. Zack, anfertigen. Und dann lüppt das. Ganz wichtiger Köder für den Anfang. Nebenbei noch ein bisschen Köderbeschaffungsskillen. Das ist ganz interessant. In der Verwaltung. Jedes Gewässer hat eine Verwaltung. Einfach immer schön die Karte kaufen. Ich habe sie schon im Rucksack. Gewässerkarte für den Spiegelsee. Einmal im Rucksack. Wird hier durch das Rucksack-Symbol auch schon angezeigt. Haben wir also schon gekauft. Brauchen wir nicht mehr. Wenn ihr ein-cashen wollt, muss man nicht machen. Das Game ist kein Pay-to-Win. Wenn ihr ein-cashen wollt, könnt ihr das gerne tun. Das geht dann hier rüber. Echt Gold und dann das Echt Gold quasi. Echt Geld Gold in Silber umtauschen. Kann man natürlich machen. Muss man aber nicht machen. Nächstes Gebäude. Auch natürlich super wichtig. Das Angelgeschäft. Hier empfiehlt es sich tatsächlich ab und zu auch mal weitere Köder zu kaufen. Ich finde diese Köderbox sehr lohnenswert. Erstmal ist es preislich richtig gut. Und man bekommt doch recht fängige Köder. Gerade auch für die ersten Gewässer. 150 Stück sofort für knappe 12 Silber. Top. Lohnt sich absolut. Haben die sehr schön eingeführt vor ein paar Monaten. Das lohnt sich. Des Weiteren lohnt es sich, dieses Feeder-Set, Starter-Set irgendwann zu kaufen. Darauf spare ich jetzt als allererstes. Man sieht oben rechts in der Ecke 40 Silber gerade noch zur Hand. Das heißt gleich erstmal schön Gas geben und Silber machen. Damit wir uns schon mal das erste Feeder-Starter-Set leisten können. Und da gibt es eine schöne Rolle mit drin. Eine Lacerati. Eine echt gute Route für den Anfang. Und alles was man sonst noch so benötigt. Da kommen wir aber später zu. Und dann haben wir noch zwei sehr wichtige Gebäude. Das eine ist hier der weiße Kasten. Und das andere ist hier der grüne Kasten. Jawohl. Eine schöne Gulasch-Kanone. Und dann gönnen wir uns einmal am Tag lecker Süppchen, weil das füllt. Hier die Essensanzeige immer wieder schön auf. Nichts anderes essen. Das ist alles rausgeschmissenes Geld. Nicht essen, nicht saufen. Wenn die Anzeigen unten in der Ecke mal runter sind. Shitty Gaul. Wenn die Anzeige Sonne mal runter ist. Das ist die gute Laune. Dann einfach mal gucken, wo wieder schönes Wetter ist. Wenn hier jetzt zum Beispiel die ganze Zeit mieses Wetter ist. Dann geht auch die Laune runter. Und dann guckt man. Dann geht man einfach mal hier zum langen Graben. Da ist dann wieder Sonnenschein. Da geht auch die Sonne, die Sonnenleiste wieder hoch mit der Zeit. Also sparen, sparen, sparen. Und was super wichtig ist, ist, dass Kaffee, Kaffeeaufträge abarbeiten. Alter, ich habe irgendwie eine komische Auflösung, sehe ich gerade. Kaffeeaufträge abarbeiten. Ganz, ganz wichtig. Denn die Kaffeeaufträge bringen richtig gut Silber. Diese Fische hier oben. Zweimal ein 30 Gramm Giebel. Später schmeißt man das Zeug in die Tonne. Man setzt den Fisch wieder ins Wasser. Das will man gar nicht mitnehmen. Am Anfang am Spiegelsee und auch am langen Graben mitnehmen. Eintauschen gegen fast vier Silber. Das ist erstaunlich viel Geld für den Anfang. Videoeinstellung. Alter, was ist das für eine Einstellung? Krass. So sieht das alles. So sieht das doch viel besser aus. Ja Mann, so soll das aussehen hier. Mann, Mann, Mann. So, Leute. Jetzt haben wir ja eine Karte gekauft. Für drei Silber. Jetzt können wir auch M drücken. Und sehen hier die gesamte Map. Ich renne jetzt mal hier so zum Campingplatz. Und dann gucken wir mal, was da so geht. Und da sind wir auch schon. Einer der wichtigsten Spots. Klassischer Spot. War ich schon ewig nicht mehr angeln. Weil ich schon so lange nicht mehr an diesem Anfangsgewässer hier war. Nichtsdestotrotz immer wieder, wie gesagt, ein ganz guter Spot. Wenn man am Anfang diese drei Routen benutzen will, muss man die natürlich erstmal zusammenbauen. Hier gerade diese Ersatzroute baut man anfangs zusammen. Die anderen sind schon so zusammengebaut. Es gibt keine anderen Möglichkeiten. Das Material, was man hat, platziert man einfach da, wo es geht. Die alte Angelschnur kommt da dran. Pose kommt da dran und so weiter. Fertig. Dann hat man das. Und dann hält man die U-Taste gedrückt. Und zieht sich dann aus dem Rucksack auf die Zahlentaste 1, 2 und 3. Zieht sich diese Posen einfach rüber. Die Routen einfach rüber. Und dann hat man die auf der Tastatur auf der 1. Dann stellt man die nochmal ein wenig ein. Die stellen wir mal jetzt hier so auf 40 cm. Und dann einfach mal auswerfen. Zack, jetzt drücke ich die Taste 2. Auch hier. Zack, machen wir mal 45 cm. Ungefähr so 75%, 80% auswerfen. Dann liegt da noch ein bisschen Schnur. Mit der Taste 0 setzt man dann die Route runter. Da fällt mir auf, ich habe das immer ganz gerne auf der Maustaste. Einstellung. Steuerung. Da haben wir die 0. Und ich hätte das gerne auf die, auf der Maustaste übernehmen. So, einfach macht der Gewohnheit. Und hier ist hier schon was dran. Wenn jetzt hier die Pose schon runtergegangen ist. Nicht hektisch hinrennen und hochziehen. Der Fisch ist eh weg. Sondern einfach warten. Jetzt geht er gerade runter und jetzt erst anziehen. Und er ist trotzdem weg. Ja, Mann. Posenfischen. Vor allem mit den Stippruten. Bis man so richtig Puls hat. Mit Z kann man ranzoomen. Und da haben wir die Pose. Da kommt es wieder hoch. Wenn jetzt gleich... Alter, Alarm im Hintergrund hier. Alarm! Der erste Fisch! Wuhu! Alter, persönlicher Rekord. Maximal gefangene Fische am Tag. Alter, ich habe schon einen Fisch gefangen. Mein persönlicher neuer Rekord. Ein Fisch am Tag. Geil. Sofort auf die nächste Route hier. Die ging gerade runter. Wieder gefehlt. Regenwurm. So, jetzt haben wir ja die ganze Zeit hier den Wurm dran. Und das ändern wir aber gleich mal. Auf... Da zuppelt schon was. Das ändern wir aber gleich mal. Auf dem Brotköder. Wobei, Wurm ist schon geil. Zack. Und wieder was dran. Jawohl! Noch eine schäbige Grundel. Alter! 100 Gramm maßiger Fisch. Mega gut. So. Weißbrotköder dran machen. Bester Köder, ey. Weißbrotköder. Giebel. Karauschen. Rotaugen. Oh, da ist was dran. Alter! Kapitale Grundel. Alter! Neue Errungenschaft. Sicherer Fang. Easy, Alter. Oh, da geht... Oh, da steht wieder was am Zuppeln hier. Ja, Mann. Gönn dir. Mit Z kann man ranzoomen. Zack. Und jetzt anschlagen. Alter, ein Rohdauber. Und Level 2! Lecko funny, ey. Lübt hier. Alter! Zack, mitnehmen. Auswerfen. Jetzt machen wir erstmal hier den Kescher voll. So, zack. Die 1. Und zack. Shit, ich wollte hier den Brotteig mal dran machen. Brotteig. Günstigster Köder. Effektivster Köder. Wir wollen den Kescher voll machen. Wir wollen Giebel und Karauschen. Auch ein paar kleine. Dann können wir die gleich im Café abgeben. Und wenn wir auch wirklich noch ein bisschen Langeweile haben, können wir auch noch die Spinnrute auswerfen. Zack und Biss. Wenn man jetzt hier sicher gehen will, dass es auch wirklich was beißt und nicht nur ein Hänger ist. Taste R drücken, dann kommt da diese Fehlermeldung. Dann weiß man immer, da ist was dran. Bei allen. Zack. Alter, es lübt hier aber sofort. Ich mach jetzt voll den Kescher. Ohne Scheiß, Leute. Das macht irgendwie Bock. Einfach mal wieder back to the roots. Mit den ganz kleinen Angeln. Einfach mal wieder anfangen. Und mal gucken, was so geht. Na? Na, ob da noch was beißt? Ne, gerade nicht. Aber da geht's. Oh, 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 auf der 2, auf der 2. Oh, ob das noch geht? Ne, das war schon zu lang wieder gewartet. Eigentlich müsste man wirklich, also beim Posenangeln, da musst du genau dabei sein. Ähm, ein bisschen darauf achten, dass die Schnur nicht so weit durchhängt. Wenn man dann hochzieht, dann dauert das so lang. Und dann ist das schon wieder, vielleicht so halb wieder raus aus dem Maul. Da muss man schon ein bisschen dann ein bisschen weiter auswerfen. Dass man dann, ähm, auch sofort die Schnur auf Spannung hat und den Fisch haken kann. Ähm, eine Möglichkeit maximal auszuwerfen, ist ja einmal die linke Maustaste gedrückt zu halten. Und dann zieht er durch und dann kommt auf einmal, zip, der rote Bereich. Oder direkt mit Shift maximal, zack, und dann wirft er auch so weit aus, wie es geht. Wir haben Sonne, wir haben 23 Grad, ich mach mal Einholgeschwindigkeit 27, gucken wir mal, was da geht. Einholgeschwindigkeit immer ein bisschen variieren. Normalerweise sagt man, bei warmen Temperaturen ruhig ein bisschen langsamer. Gehen wir mal so auf die 10 hier runter. Und da geht wieder was auf die 2. Jetzt aber, da zuppelt einer. Jetzt hoch, zack, und wieder nicht. Alter. Leute, lasst euch nicht entmutigen, wenn das mit dem Stippen hier nicht auf Anhieb funktioniert. Stippen ist, hoppala. Stippen ist wirklich schwierig für den Anfang. Aber wenn ihr darüber hinaus seid, dann lügt das. Guck mal hier, ey. Wollen wir nochmal maximal auswerfen. Oh, da, 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 auf 1. Nein. Siehst du das? Eigentlich ist das blöde. Man kommt immer, man kommt hier richtig im Stress, kommt man. Jetzt greife ich bestimmt gleich wieder zur Spinnroute, dann geht die nächste Pose runter. Da, da, auf 1 schon direkt wieder. Zuckelt. Ah. Schnur zu kurz genommen. Da ist beim Aufheben schon die Pose gesprungen. Der Fisch natürlich verscheucht. Zack. Jawohl. Oh. Schön. Jawohl. Alter, ein schöner Barsch, ey. Alter. Geil. 300 Gramm. Leute, Spinnfischen. Ah. Persönlich, ja, Wurfreichweite 13 Meter. Nicht normal. Alter, da. Ist abgehauen. Kriege ich den noch? Ja. Ist dran. Jawohl. Auch ein bisschen eine Möglichkeit, um das, um das Anschlagen ein bisschen leichter zu machen. Alter, was ist denn los hier mit der, die ist so kurz, die Schnur. Die kannst du gar nicht richtig weit auswerfen. Ich glaube, bei der, bei der Bambusstippe hier maximal 75%. Leute, ich angle mal ein bisschen weiter und wenn da, äh, wenn da der Kescher gleich voll ist, ansatzweise, dann, äh, melden wir uns gleich, melde ich mich gleich zurück. Und dann verkaufen wir erstmal ein paar Fische. Bis gleich. Leute, ich hab mal ein bisschen den Spot gewechselt. Hier vorne, der Bereich, machen wir die Karte auf. Hier oben in der Ecke sind wir. Das nennt sich die Seerosen hier, vom Gewässerabschnitt. Und die kann man zum einen hervorragend mit den kleinen Spinnern lang spinnen. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen, dass man nicht hier im, im Schilf hängen bleibt oder hier bei den Seerosen hängen bleibt. Aber zum einen fängt man hier ganz hervorragend Barsche. Zack, da ist der Nächste. Und zum anderen, na, da, komm, dran, 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 dran. Legg ab, die Rudel. Na, na, der ist schon wieder weg. Gibt es hier auch Krauschen und Giebel? Werfen wir auch mal in die Richtung. Jawoll! 13,5 Meter. Oh, da auf eins. Da geht die Pose hoch. Da ist was dran, da ist was dran. Und zieht er ab? Oh, da ist er jetzt. Habe ich ihn jetzt verschreckt, den Fisch. Da ist noch was. Aber auch wieder auf der 2 oben. Da wird wieder rumgezuppelt. Na, ich wechsle schon mal. Schön die Schnur ein bisschen, nicht, nicht doll ziehen, aber dass die schon mal so ein bisschen stramm ist. Und jetzt auf eins. Mann, 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 immer der Wechsel. Schön hier mit dem Brotköder einfach rein. Und dann hier schön die Krauschen rausziehen. Na, komm, 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 komm. Jetzt haut er ein bisschen ab damit. Und dann zieht er gleich nach unten weg. Komm, pack ihn dir. Alter. Vielleicht ein Rotauge, wenn die so ewig zuppeln. Und hier war auch für eins auch wieder. Jetzt geht es auch für eins los. Oh, mein Gott. Da, zack. Jawohl. Und da ist was dran. Na, eine kleine Karausche. Och, jo. Winzige kleine Karausche. Gucken wir mal, was hier auf eins ist. Und da zieht auch einer ab. Jawohl. Und schon etwas größer die Karausche. Sehr schön. Fast 400 Gramm Karausche. Sehr gut. Und weiter spinnen. Ich hatte gerade mal den anderen, den anderen Spinnköder dran gemacht. Sieht man ja oben. In der Ecke. Da geht schon wieder ab. Ist schon wieder was dran. Und er hat gehakt. Ein Rotauge. Jawohl. Läuft hier. Läuft hier. 25 Fische schon. Und ich würde sagen, ich mache mal weiter. Wir sehen uns. Jetzt wird gleich ein bisschen dunkel. Wir sehen uns, würde ich sagen, am nächsten Morgen. Bis gleich. Zack. Da haben wir noch einen kleinen Giebel. Sehr gut. Leute, für die Nacht. Für die Nacht. Da angle ich natürlich noch weiter durch. Da ändere ich aber mal eben auf Wurm. In der Hoffnung, dass da Schläfer gründeln und so dran gehen. Tagsüber dann eher die Teigköder. Und nachts nehme ich dann den Wurm. Und das Spinnen. Das wird in der Nacht auch äußerst schwierig. Ich teste es aber auch trotzdem noch ein bisschen. Aber viel Hoffnung habe ich da nicht. Und gerade wenn es dunkel ist mit der F-Taste. Die Stirnlampe anmachen. Dann hat man wieder genug Sicht auf seine Posen. Übrigens keine Scheuchwirkung zur Zeit noch von dem Licht. Es ist nicht so, dass man damit irgendwelche Fische verscheucht. Man verscheucht eher Fische, wenn man mit den Füßen im Wasser rumplatscht. Das hat eher eine Scheuchwirkung. Und dann geißt noch was an. Sehr gut. Ja, sehr gut. So, aber nur gute Nacht. Bis morgen früh. Ja, Leute. Nach langer, langer Zeit mal wieder so viel, so viel gestippt. Das macht man irgendwann, macht man das ja fast gar nicht mehr. Vielleicht noch zwischendurch auf Lauben oder so. Um die zu verangeln dann als Kunstköder. Äh, als Lebendköder. Aber. Das ist natürlich mal wieder ein Erlebnis hier. Und da zuckelt es auch schon direkt wieder weiter. Zap. Oh. Oh, und jetzt auf A2 auch wieder. Oh, zu spät. Den lassen wir erstmal wieder hochkommen. Und dann beim zweiten Anschlag, beim zweiten Absinken kommt der Anschlag. Also die Stelle hier funktioniert nach wie vor echt noch ganz gut. Man kann hier richtig gut Karauschen angeln. Ab und zu Giebel und, ähm, und Rotaugen. Und ich habe auch ein bisschen rumprobiert, wie man, wie man besser diesen Anschlag hier setzen kann. Das heißt also, wenn man jetzt beide Routen, beide Stipprouten liegen hat. Und man schaut sich das Ganze hier so an. Ähm, in dem Moment quasi, wo eine Pose runter geht. Also jetzt haben wir ja hier die Pose 1. Und da drüben ist die, die, also Rote 1, Rote 2. Und die sind ja hier auf den Zahlentasten quasi mit belegt. Und, ähm, in dem Moment, wo jetzt die eine Pose, eine von den beiden Posen runter geht, drücke ich quasi schon die linke Maustaste. Und das hat jetzt zuletzt ganz gut funktioniert. Also ich drücke dann jetzt oben die 2 zum Beispiel, die zuppelt schon ziemlich doll. Und ich drücke quasi dann gleich die 2 und die linke Maustaste gleichzeitig für den Anschlag. Gucken wir mal, ob es gleich wieder funktioniert. Jetzt zum Beispiel, gut, das sah schon ziemlich safe aus. Ja, der ist gut abgehauen. Gerade wenn die so straight in eine Richtung abhauen, kann man auch ein bisschen entgegengesetzt, entgegengesetzt der Richtung ziehen. Nicht einfach nur gerade nach oben. Hier unten schwimmt gerade noch einer rum. Jetzt auf A1, guck mal, zieht er ab, zieht er noch auf A2 direkt. Linke Maustaste hast du schon gedrückt gehabt und da hakt es auch sofort. Jawohl. Und die dickeren Fische erstmal hier so ein bisschen an Land ziehen. Oh mein Gott. Wow. Was nicht alles. Haha. Naja, und Level 6 auch noch gemacht. Ich glaube, so langsam reicht es. Ich glaube, wir verkaufen gleich einfach mal eben. Und gucken, was die 57 Fische... Zack. Ah, okay, es bleibt bei 57, was die so an Silber bringen. So, und dann kommen wir hier auch schon an, am Shop, beziehungsweise erstmal am Café. Und dann gucken wir gleich, was der Fischmarkt so sagt. Erstmal, Leute, das Wichtigste, wie gesagt, immer erst zum Café mit dem Kescher und gucken, was möchte das Café haben. Man sieht hier, wie viele Stunden läuft das noch, wie viele Ingame-Stunden laufen die Aufträge noch. Und Schläfergrundeln, ja, guck mal, Schläfergrundeln. Da müssen wir jetzt gucken, das Café hätte gerne drei Schläfergrundeln ab 84 Gramm. Äußerst kleine Schläfergrundeln. Dafür bieten wir uns 5 Silber 45. So, kommen wir von hier aus da dran. Nee, ne? Nee. 5 Silber 45. Und am Fischmarkt, was bringen... Hier können wir sortieren. Diese drei Schläfergrundeln, das waren hier die drei mit dem Haken. Die bringen 1 Silber 39. Verkaufen wir also im Café. Ganz klarer Fall. Da ist das Café sehr gut. Gut, also die drei verkaufen wir schon mal. Können wir komplett alle auswählen. Und verkaufen. 5 Silber. Wie sieht es aus mit dem Giebel? Giebel wird es wahrscheinlich ähnlich sein. Hier haben wir einen unmaßigen und einen maßigen. Wir können das ja nochmal eben im Fischmarkt, schauen wir uns das nochmal eben an. Den großen mit einem Kilo würden wir nicht verkaufen. Hier kann man nach Gewicht sortieren. Das heißt, das kleinste Gewicht. Und dann jetzt hier mit Steuerung klicken wir dann auch noch auf den zweiten. 1 Silber 79. Man könnte mit Steuerung gedrückt halten, auch den wieder weg machen und den anklicken. Oder man sagt mit Shift den bis dahin. Das kann auch bis hier unten gehen. Das sind so diese Auswahlmöglichkeiten. Also wir verkaufen den und den. 1,75 würde uns der Fischmarkt geben. Und das Café gibt uns für diese zwei kleinen Giebel, diesen und diesen, drei. Also auch da wieder mehr Silber gemacht. Den und den verkaufen. Was haben wir noch? Fünfmal Rotaugen. Jawohl. Nach Gewicht sortieren. Da kontrolliere ich jetzt einfach mal nicht. Von hier bis da. Fünfmal unmaßige Fische. Die würden... Ach doch, wir kontrollieren mal eben im Café. Die fünf unmaßigen Rotaugen. Nach Gewicht sortieren. Von da bis da. Bringen 22. 0,22 Silber. 0,22. Im Kaffeeauftrag. Nach Gewicht sortiert. Bringen die 11 Silber 81. Richtig krass. Katsching. Läuft. Barsche. Weiter geht es. Nach Gewicht sortieren. Fünf Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Soll ich auch noch mal gucken? Ich glaube, müssen wir nicht. Werden wir auch nicht über einen Silber kommen bei den Barschen. Zwölf. Fast 13 Silber. Verkauft. Richtig gut. Arland haben wir nicht. Grasfrosch haben wir nicht. Davon haben wir keine sieben Stück über 350 Gramm. Eine fette Schleie haben wir auch nicht gefangen. Und zwei Hechte können wir hier auch noch schlecht rausziehen in unserem Levelbereich. Aber das, ihr Lieben, war doch schon mal richtig geil. Hier sind wir bei 8. Da sind wir dann bei 19, 20, 20, 30 Silber. Über 30 Silber jetzt mit dem Kaffee gemacht. Und dann können wir jetzt das restliche Gelump, beziehungsweise gucken wir gerade noch mal rein. Das läuft alles noch ein paar Stunden. Die Zeit warten wir nicht ab. Manchmal lohnt es sich einfach mit einem vollen Kescher ein bisschen zu warten, bis irgendwie ein Auftrag ausläuft. Und dann kommt ein neuer rein, den man vielleicht auch noch abgeben kann. Aber hier sortieren wir mal eben nach Preis. Das ist hier unten. Nach Preis sortieren. Und dann gucken wir von ganz unten. Ja, die im normalen Kaffee oder im normalen Fischmarkt liegen die halt so bei 2, 3 Silber. Und werden halt immer günstiger. Insgesamt 25. Die ganzen, die 42 Fische bringen 25 Silber im Fischmarkt. Und das Kaffee hat uns über 30 Silber gebracht. Kratsching! Größter Verdienst. Tja, 100 Silber haben wir bisher. Das heißt, wir müssen noch mal ungefähr 50 Fische fangen, damit wir uns dann im Anschluss hier im Angelgeschäft das erste Feeder-Set leisten können. Und das machen wir dann aber beim nächsten Mal im nächsten Video. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Und wenn es dir geholfen hat, lass doch ein Abo auf dem Kanal da und schreib doch mal unten in die Kommentare, was du so rausgezogen hast am Fischen. Wie viel Silber du mit dem ersten Kescher gemacht hast. Und ja, das nächste Video wird folgen, wie es dann hier weitergeht mit diesem frisch angefangenen Charakter wieder. Und dann gucken wir mal, wie weit wir hier in den nächsten Tagen kommen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 ¡Susscribed! Tbo presenting Tartس Tartos! Tú butta partido! Tartos! 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 Billy! Tartos!